Ohne mich sind Augen wertlose Steine, Kopf ohne Laune, Fuß ohne Eile, Tod kann nicht Schrecken, Zeit sich nicht strecken, Arm nicht mehr schuften, Rose nicht duften, nichts kannst du bestaunen ohne mich Aber es waren keine Rosen, mein Schatz, keine Rosen Lilien, keine Lilien, keine Rosen, was war's denn, mein Schatz? Still, da kommt jemand Ein alter Mann mit Top und Hut und einem Teppich auf dem Rücken Wir hätten wohl einen Wagen für euch Es gibt keine Hoffnung für ihn, fürchte ich Das Geschöpf ist verloren Wollen wir mal singen, wie er auf Licht reagiert Als ob wir ein Experiment wären Jemand folterte ihn, lange bevor der Dunadan ihn fand Dunkelheit steigt auf aus den Wäldern Mein Volk wird allmählich unruhig Wir können diesem Bügel kein Wort verreden, Gandalf Wir glauben, er war zuvor in Mordor Das habe ich befürchtet Ich frage mich, was er sich dort erhoffte Lasst uns allein Ich will hören, was er zu sagen hat Blende mich doch nicht so Ja, äh, da haben wir, da haben wir Brandl müsste das gewesen sein, ne, ne Nämlich mal Äh, und, äh, Gandalf gesehen Es ist immer wieder irgendwie komisch Warum beginnen wir nicht mit einem Namen Deinem richtigen Namen, nicht den andere dir gegeben haben Nun gut Versuchen wir es mit dem Namen eines anderen Bilbo Beutlin Ja, du erinnerst dich Er fand dich Vor mehr als 60 Jahren Tief unter den Wurzeln des Nebelgebirges Er nahm dir etwas, wenn man das spielt So Einen Ring Du hast ihn gesucht, nicht wahr? Du hast dein Versteck verlassen Bist die Hänge hinabgeschlichen Immer auf der Hut vor dem Mond Du folgtest dem Hobbit Den ganzen Weg nach Osten Zum einsamen Berg Aber dann Bist du nach Süden abgekehrt Warum? Etwas muss dich angelockt haben Eine Stimme Aus dem Land der Schatten Lasst uns allein Im Traum flüsterte sie deinen Namen Nicht zuhören Also noch einmal Wie lautet dein Name? Smergol Sehr gut, Smergol Aber lass uns ganz von vorne beginnen Ja, das war die Einleitung Das Intro Und vielleicht Schön nicht mal wieder on zu sehen Ja, danke Bin mal wieder da Nach zwei, drei Monaten Pause Ja, wir sind hier im Schattengebirge Und äh Wir sind hier ein Ich würde schon sagen Cuten Raben Wie cute er noch wird Got'em Got'em Ja, Gnomi Da war doch eine Krähe Boah, den genau Unterschied zwischen Krähen und Raben Kann ich tatsächlich nicht bestimmen Optisch Da bin ich ein bisschen zu blöd für So, äh Ja Hier ist das Game Ich hoffe es läuft ganz okay bei euch Im Stream draußen Ähm Ähm Kleines Claimers Cutscenes Werden ab und zu Äh Wie niedrige FPS haben Aber das trifft Nicht nur bei mir Bei ultra vielen Systemen Ähm Ich hab's schon So gut wie es geht Wie es zu verbessern Aber ja Aber jetzt die gefragt haben Wann es spielt Äh Und das ist ja das Tutorial Jetzt wird mir erst mal erklärt So wie ich was hier machen muss So ein bisschen Na Und klettern hier so ein bisschen Durch die Gegend Und dann können wir mal gucken Was Column alles so drauf hat Wie gesagt Ich hab's schon mal einmal gespielt Deswegen gehe ich mir ja hier ein bisschen schneller durch Ja Kommt vielleicht die Gegend So ein bisschen mehr an Ähm Aber das war ein weitersprung Mit Sprint Quasi In Schattengebirge Da hast du dich versteckt Vielleicht Du weißt warum Ne weiß ich nicht Erzähl mal Ganolf Äh Ist die Voice Lines Laut genug für euch Also Oh Der Sound Ingame Und so Ist das Feind für euch Wäre schön Dass am Anfang direkt Dass man das klar weiß Ob das okay ist Und wieder der weite Sprung Mein Schatz Komm Wir haben es schon oft geschafft Ja Also da will ich nicht unterfallen Äh Da will ich mal sagen Anlauf pop und top Alles gut Passt Wunderbar Top für mich Sehr schön Sound ist gut Ja Das freut mich zu hören Ja Komm Komm Ja Ich hatte es Ähm Tatsächlich Habe ich es hier schon mal Ein paar Mal geschafft Nicht hinzukommen So Äh Wo musst du jetzt hier weiter Äh Ich meine Das ist meine Sieht eigentlich ganz nett aus Das Schattengebirge So ist es nicht Klettern 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 Das kann der gute Orl um Du hast also mit den Orks gesprochen Äh Nebenkreis Aber wir haben schärfe Ohren Und wir lauschen Äh Ähm Weiß ich jetzt schon Es wird jetzt ein Nachladeruppler kommen Kurz Ja Der passiert ja immer an der Stelle Überall Glaube ich Äh wie gesagt Technisch ist das Game ein bisschen Schwierig Aber äh Dann wollen wir hoffen Dass es uns Gameplay Technisch überzeugen kann Ja In der heutigen Zeit Ist man ja quasi gewohnt Äh Dass Games Unfertig Huliest werden Ja Das äh Scheint eine Fellbiste zu sein Ich mag jetzt nicht Ja raussehen Ich mag das hier sein Ähm Wo ist ich da oben weiter Ach Wieso ein Kletteraffen ne Irgendwann Eine Parkhöhle Er hat sich versteckt Vor dem großen Auge War längst tot Als wir kamen Der kastige Borg Längst tot Eine wunderschöne Kleine Höhle Hier Ich kann es wirklich So Zeichnung Kann man sehen Du musst doch einmal Freunde gehabt haben Eine Familie Sie haben uns verstoßen Verflucht sollen sie sein Verflucht Es war unser Geburtstag Ja das war es Also dass sie Schliffsfahrt Mit Ähm Wie hieß der andere Hobbit nochmal Ähm Hält nur auf die Sprunge Der andere Hobbit Der Freund von Äh Smergol damals Wie hieß der nochmal Am entfallen So Wir können ja noch weitere Sachen entdecken Vielleicht hilft sie uns ja Die große Spinne Vielleicht Wir haben ihr viel zu fressen gebracht Ja Und knussweiger Orkse Aber die mag sie nicht besonders Das soll ein Schrein für Kanker sein oder Äh Ja gut Ah dergol genau war das Ja Uh ein Orkschädel Kein netter Freund Was mein Schatz Jetzt trickst er uns nicht mehr aus Nein Nein Jetzt nicht mehr Äh aber die Synchro Stimme von Gollum mag ich sehr Ich weiß nicht ob sie Original Stimme ist Sie klingt sehr nah da dran Auf jeden Fall Und wenn man so ein bisschen Gollum Fan ist Äh Dann kann man mit den Sprüchen hier auf jeden Fall gut mit viben Das ist unser Schatz Mein Geburtstagsgeschenk Es war an meinem Geburtstag So wurde es mir erzählt Die Orkte konnten uns nicht sehen Keiner konnte uns sehen Nicht mal du nachst die Gezaubere Wie hast du ihn gefunden Deinen Schatz Grausames Licht Smergol will schlafen Er kann jetzt nicht schlafen Aber ich werde das Licht für dich dämpfen Ja ne Ganderf quasi ja immer noch Unser Befragen hier quasi Ne Und wir sind irgendwie In der Erinnerung von Gollum anscheinend Oder so Äh Ich finde das eine wunderschöne Zeichnung Auf jeden Fall vom Eindringen Besser hätte ich es nicht hinbekommen Er stößt mit uns sehr ähnlich Äh Manche vielleicht Ja So Wollen wir hier durch den Gang gehen Und äh Kann ich mal die Tast drücken Dankeschön Du hast die Höhle also nie verlassen Niemals Und niemand hat dich je gesehen Nein Niemals Außer dieser Rabe Oder Gnomi Krähe Gnomi meinte ja Dass es eine Krähe sei Ja Sag ich doch Erstmal Siehst du Für Gollum ist es einfach nur ein Vogel Ähm Oh Wand hochsprinten Let's go Keine Ahnung Was das wirklich ist Okay Ähm Ich will nochmal überlegen Ob ich den Chat an oder aus Machen soll Bei dem Gameplay hier Also Zeigen sollte Vielleicht mach ich nachher nochmal an Aber erstmal machen wir das Intro hier fertig So Oh Wir können noch seit jetzt an der Wand laufen Geister Wart man Nachschule Nachschule Äh Geht gut nachschule Ähm So Da geht's weiter Wäre gut Wenn man so gegen die Wand läuft Dann ist natürlich schwer Äh Und top Sehr gut Gollum Machst du brav Eine Rabae Eine Rabae Ja Blutrabe Du müsstest doch erkennen Oder nicht Ob das einer von dir ist Oder nicht Ähm Also wie gesagt Ist hier noch Intro Wir lernen jetzt erstmal Klettern Und so die Grundsteuerung kennen Mehr oder weniger Äh Ne Fall lassen Wollen wir uns glaube ich nicht Wir wollen darüber Also ein Ruckwärtssprung Let's go Achso und mein Controller Funktioniert leider nicht mit dem Game Ich muss mit Maus Tastatur spielen Das ist ein bisschen schade Ist Aber Ja Die hohe Frau Ist das der Name von Kankra Oder Hat ihn geküsst Hat ihn wohl vergessen Sonst hätte sie ihn schon In ihre Speisekammer gebracht Ja muss ja auch Muss ja um Kankra gehen Hier ne Ist das nicht Uftag Es ist Uftag Ganz im Sand und Seide Was ist der Plan Uftag Schmelzt du die Nachtschicht Ob da die Wir sagen sich Lucy Willi Sei ihren Kollegen Naja Wir müssen die Krähe finden Bisher Anbekommen Keine Zeit Auf Orcs zu hören Oh da sind ja noch mehr Orcs Und ein Tor Aber wir müssen zu Krähe Ja eine gute Frage Ich meine die Orcs sehen jetzt nicht so krass gut aus Und weiter bist du nie hinein gelangt nach Mordor Wir haben die Wolken nie Verlassen Warum Das Spiel Was für ein hoher Berg Gipfel Zwei kleine Schwitzer Zwei Krähen Okay Dann werden wir uns jetzt ran Pirschen an die Krähen Ach Gollum Da musst du schon ein bisschen Gewieft daran gehen Das ist Baradour da hinten Und da ist der Schicksalsberg Nein Nicht er Sein Auge sieht alles heißes Alle Länder und Berge Vielleicht auch Beutlin Ach er nicht Nicht er Sprich nicht mit ihm Nicht zu Ein Hornkäfer Oder Käfer Ach Gollum Ich bin da sicher Schon alle Knochen Ein Käfer 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 Ja wie gesagt mit den Cutteens mit den FBs da bin ich mir äh unsicher was sie da genau gemacht haben und nicht gemacht haben Also wir werden schwarz wenn wir in den Busch gehen auf jeden Fall Redet über uns Ich dachte die hohe frau hat ihn erledigt Aber krass Das ist die hohe frau und es geht bloß dann gerade doch nicht dieselbe Person Dann schicken sie ihren Lot um her Aber das ist nie lustig Wir kappeln und schleichen hinterher Oh Ich bin zu nah Ab ins Gebüsch Da kann ich leider nicht so lang Aber Wir haben hier Wege Nein Ähm Folter mich selbst Gerne Also können wir hier weiter lang Ja Die Spinne könnte helfen Erst locken wir sie in ihre Netze Und dann Weg Das ist was Was geht? Oh Gott Die Obersten werden nervös Äh Aizu Hi Äh Wie geht's mir? Warum Ein solide Na ich darf nur das hier der Ringespiel antesten Aber es gibt Schöneres Schön dass du da bist Ich darf jetzt hier stehen Und äh Wir dürfen ihn Angreifen Das heißt erdrüsseln Ah Tja mein kleiner Ork Ich kriege meine Hände aus Stahl hast du keine Chance Aber wann machen wir mit dem zweiten Wir brauchen einen Stein Einen Stein Den großen Stein ja weißt du So Mir auch nicht Ja ne jetzt ist das Licht aus Jetzt kommt es nicht mehr klar Und fällt es einfach Runter Passiert mir auch wenn es dunkel ist Dann 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 Red ich erstmal überall hin Und Klassiker Äh Ja Und äh Hier sehen wir Äh Ähm Den Körper von Kankra jedenfalls Ähm Also wer Wer eine Spinnphobie hat Vielleicht nicht das beste Spiel ich glaube kanker wird vielleicht doch eins aber vorkommen wer weiß blumen wir wachsen da eigentlich blumen steiner nach boden über unser hornkäfer ist wieder da einzige freundin wir haben können wir den essen wie können wir den essen ja das ist eine gute frage jetzt kommt tatsächlich auch dazu so wir kriegen dieser jetzt so die entscheidung treffen töte den käfer oder sie dich weiter um theoretisch könnte man daraus ein lustiges chat game machen so für welche seite stimmt kann man sich jetzt aussuchen aber gnomi du hast gefragt du hast ja gefragt ob man ihn essen kann also gehe ich mal fürs töten durch jetzt über zeuge smergol so die spinne ist in der nähe und die geister sind immer wachsam also nehmen wir hier die geister schreckliche geister mit flügeln sie machen uns zu belassen kleinen flammen nicht die geister mein schatz hau drauf ja schluck ihn runter da hast du es und gollum hat den streit gewonnen soweit ich weiß gibt es verschiedene enden ich weiß nicht wahrscheinlich werden die davon beeinflusst für welche seite man mehr geht für gollum oder smergol oder so auch hoffe ich mal denke ich mal habe ich tatsächlich keine ahnung ja der käfer kann fliegen irgendwie so zu dir ne das ist belastend ich glaube das ist noch belastender war aber 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 nass gut ich habe nichts getan ich wollte auch nur mit dem käfer spielen so dass man die eine stimme im spiel ist nicht sehr cool welche eine stimme äh ich bin grad verwirrt was du meinst rommi es tut uns weh mein gott erst mal einen pilz essen guten hunger naja es gibt ja die gollum stimmen und die smergol stimme und du hast ja gerade die gollum stimme gespielt ja 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 ach so dass das meinst du ja stimmt hat man unterschiedliche stimmen der hin so benutze gollum scharfe sinne würde also anscheinend sollen wir hier diesen streifen folgen da ist da geister mit flügeln wobei hier drin wahrscheinlich ja nicht aber so folgen wir mal den vibrationen stumm bändern oder sollen wir hier sein soll da ist ein da hinten ist auch ein nas schul ähm ähm help 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 äh warte mal ähm kann mich ja auch nirgendwo verstecken ne oder 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 da hinten ist einer oder ne denn da hat er da kommt zwei hat man auch von der links kommen wir doch jetzt oh äh 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 hilfe oder auch ein zwei hm äh schwierig äh 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 ja gut äh okay ob ich ich bin in der sackkasse äh 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 ähm äh 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 ähm ja ne gollum wurde gefangen äh es tut mir leid äh dass ich äh da nicht fliehen konnte ich glaube es geht auch nicht sie mich an sie mich an zum dunklen herrn was hast du ihm erzählt was hast du sauren erzählt nur das beste über dich kann nur das beste das ist das muss ziehen er weiß es also das liedlose auge das sieht wie so baradou aus wenn du noch nicht ganz fertig gebaut hast würde aber ja auch ja schon so passen halbwegs